Gelesen aus 365 mal R von Wilhelm Busch 4. Juli Kein Mensch soll in der Hütte des Stifts sein, wenn der hohe Priester hineingeht, zu versöhnen im Heiligtum. 3. Mose 16, Vers 17 Es geht hier um den großen Tag im Leben des alttestamentlichen Gottesvolk, um den Versöhnungstag. 1. Einmal im Jahr wurde jeden Glied des Volkes Israel unüberhörbar deutlich gemacht, du bist von Natur aus nicht mit Gott in Ordnung, deine Sünden scheiden dich und deinen Gott voneinander. Und du kannst keinen Frieden haben, ehe nicht eine Versöhnung mit dem Heiligen Gott stattgefunden hat. Wir Menschen von heute sollten Gott nicht so albern verharmlosen. Wir sind genau in derselben Lage wie die Leute damals. Und wenn die Bibel sagt, dass die Furcht vor dem Heiligen Gott der Anfang aller Weisheit ist, dann sind wir Menschen von heute sehr töricht, wenn wir ihn nicht fürchten. Es muss eine Versöhnung mit Gott stattfinden. Das war der Höhepunkt des alttestamentlichen Versöhnungsfestes, wenn unter dem gewaltigen Schweigen des Volkes der hohe Priester mit der Blutschale in das Allerheiligste ging. Geradezu auffällig betont die Bibel. Kein Mensch soll dann außer dem hohen Priester im Tempel sein. In dieser Stunde stand der hohe Priester ganz einsam, ganz allein vor Gott. Warum eigentlich wird hier im Alten Testament dies Alleinsein des hohen Priesters so auffällig betont? Weil das Ganze ein Hinweis sein sollte auf unseren großen hohen Priester, den Sohn Gottes. Dieser Jesus Christus hat ganz allein in unendlicher Einsamkeit sein Blut für uns vor Gott gebracht, als er am Kreuz starb. Ganz allein. Darum können wir nichts mehr hinzutun zu seiner Versöhnung. Wir können nur im Glauben annehmen, was er allein für uns getan hat. Herr, wir danken dir, dass wir in dir wahrhaft Frieden mit Gott haben dürfen. Amen. Jesus Christus segne dich. Amen. Amen. Vielen Dank.